So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Parallels bei SMP Life Your Dream. Ja, ich bin gerade noch etwas mit Maestro rumgefahren. Und ja, daraus hat sich ergeben, es gibt keine guten Funktionen im niedrigen Levelbereich. Das heißt, ich werde jetzt eine Scheine machen und dann auch gleich mal nachfragen, ob ich irgendwie den Daktorschein bekommen kann, weil ich habe ihn ja gemacht und ich habe auch das Video, ja, im Notfall kann ich das einfach schnell hochladen und einfach auf nicht gelistet und dann einen Link schicken oder irgendwas in die Richtung. So, Automat, ich weiß nicht, wieviel der Angelschein kostet, ich nehme einfach mal ein bisschen was, ich weiß nicht, 15.000, das, oh, äh, ich nehme mal 10.000, obwohl, ich gebe auch nochmal sicher, ja, ich glaube zwar nicht, dass er, ich bin jetzt nicht sicher, dass er nicht 15.000 kostet, aber man kann nicht sicher genug sein. Außerdem bin ich gerade durch Maestro in Besitz illegaler Waffen gelangt. Oh, ich bin zu böse. Äh, nein, ich werde ihn natürlich nicht benutzen, ich hab doch ehrlich gesagt ohne meinen, ohne meinen Zustand bekommen, ja, ich hab's einfach, oh, ja, ich hab die Waffe in der Hand. Äh, mir fällt das nicht auf, aber, naja. Kein Problem, ne? Kein Problem. Okay. Ich hab's einfach reingesteckt. Okay. Okay, ich brauch als nächstes den Angel- oder Waffenschein. Angel- oder Waffenschein. Und dann nochmal den Waffenschein. Dann Waffenschein. Die kann man im Agelschop kaufen? Okay. Das wusste ich nicht. Okay, mal kurz gucken, wieviel kostet. Dann muss ich noch schnell was holen. So, das, ruhig für 90.000 ist ziemlich viel, ja. Boah, ich dachte, das rentiert sich, damit ich jetzt die 100.000 bekommen habe. Und die Scheine will ich aber auch kein Problem, kein Problem. Ach ja. Naja, dann sind auch die 100.000, die ich gerade bekomme, fast wieder weg. Das ist ungleichlich teuer, alles hier auf dem Service, ja. Aber man muss dafür sagen, es ist eigentlich ziemlich gut ausbalanced, ja. Und man bekommt ja auch relativ viel, also wenn ich jetzt hier durcharbeiten würde, würde ich pro Payday... Man braucht ungefähr 10 Minuten für den Flug. Das heißt, 6 Flügel. Na, das sind ungefähr 50k. circa. Oder ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Kommt von, wie man fliegt. Und dann, was das alles sind so. 65.000. Alter, das ist richtig viel. Äh, ich nehme an 50.000. Und ich bin schon wieder im Zweierbereich. Oh nein, ich habe nur 268.000 auf dem Konto. Ach, das wenig. Ja. Genau. Nur. Ach ja, wenn ich das dann echt auf dem Konto hätte, ich wäre glücklich. Wer weiß nicht, wie ich da gerade drauf habe. 50 Cent? So was im Dreh. Wer weiß. So, dann machen wir jetzt den Waffenschein, ja. Den Waffenschein A natürlich. Gut, dann ab geht's. Ich warte. Hier. Annehmen. Ach, das wird im Herzen weht, tut das. Okay. Okay. Ein Waffenschein. Doch, so gefährlich. Okay. Bin gespannt, was das jetzt wird. Okay. Okay. Warte, welche beiden Figuren? Achso. Kabine 3. Okay. 2, 1. Nein. Vielleicht waren es die richtigen... Ach ja, aber stimmt. Boom, ja, ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, haben wir sich geil, da habe ich den Waffenschein. Ich glaube, für den zweiten braucht man wirklich Level 6 oder so. Und, ja. Das heißt, ich habe für das erste alles gemacht, was ich machen muss. Ich hoffe mal, die Videos reichen jetzt, bis ich Level 6 bin. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich richtig, richtig krass auf dem Fall spielen, auf Screen. Damit ich das Ganze zusammen bekomme. Mal gucken. Ob das hinhaut. Ich habe jetzt eigentlich mal Stoff für die nächste Woche bestimmt. Das sehe ich dann. Okay. Ich bedanke mich natürlich nochmal, ja, ich bin ja nett. Ich bin im letzten Smiley. Noch irgendwas? Ne, okay. Dann können wir gehen. Und freuen uns. Ich werde einen Schein haben. Yay. Jetzt fehlt mir nur noch Scheine. Ducker-Schein. Den bekomme ich dann spätestens, wenn das Video draußen ist. Also, wenn das Video draußen ist, werde ich dann nochmal nachfragen und den Angelschein. Den werde ich mir jetzt kaufen. Im Angelshop. Yay. Warte, wann war das mein Auto? Nein, danach fahre ich nicht vor der Plushalte Stelle. Wo ist mein Auto? Oh, das ist doch mein Auto. Jetzt wird jemand angeschoben. Achso, Licht ist an. Alles klar. Gar kein Moment. So, ähm, Angelshop. Wo ist der? Slash-Navi vielleicht? Oder Slash-TPS. Ich weiß nicht, was das hier ist. Slash-Navi. Okay. Verkaufshäuser. Angelshop. Okay. Ich habe mich schon fast gefragt, wie man den Angelschein machen soll mit der Fahrstelle. Ich meine, Angelschein ist ja wahrscheinlich nichts schweres. Auf dem Server schätze ich mal. Das werde ich auch gleich ausprobieren, ja. Ich habe vergessen, Stop oder zu starten. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Okay, das heißt, ich werde den Angelschein kaufen und dann die Folge beenden. Also, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ja, das könnten jetzt 5 Minuten gewesen sein. Das könnten aber auch 15 gewesen sein. Das hört sich so, das hört sich so ungedeutend an. Ja, aber für das Place sind es viel, ja. Richtig viel. So klar, es geht hier die ganze Zeit in die Luft. Ich glaube, wir haben es versucht, mich umzubringen. Eindeutig. Ich bin doch richtig auslösen. So. Nicht kaufen, verpackt. Ach, das wird schon. Ach, ehrlich. Nein, es hat schon zu. Okay. Ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ja, äh, ne? Wir werden den Angestellter nächste Folge kaufen. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschö.